einen wunderschönen guten morgen aus berlin es ist montag nachdem letztens erst freitag war es heute montag der 18 12 2017 um 8 uhr 28 ich mache mich gleich auf den weg noch mal kurz bei der post vorbei zwei plätzchen päckchen weg schicken und ein bildband und dann geht es ins büro wie gesagt neue woche letzte arbeitswoche dieses jahr montag dienstag bin ich im büro und dann noch mal am donnerstag mittwoch habe ich frei und freitag habe ich frei wird also eine relativ kurze woche der größte stress sollte eigentlich vorbei sein heute geht noch mal das letzte sennheiser gewinnspiel an den start und damit sollte es dann das vielleicht so langsam endlich das ende sein ja ja muss noch ein paar post plan für weihnachten silvester und dazwischen morgen haben wir noch mal ein kleines fotoshooting für ein paar produkte und dann geht es so langsam in den weihnachtsurlaub wie gesagt mittwoch habe ich einen tag frei das ist ganz gut da kommt meine friseuse nadine und schnibbelt mir die haare und am freitag fängt schon der weihnachtsurlaub an und am vierten ersten bin ich dann wieder in der agentur bis dahin sind jede menge freie tage und dann gucken wir mal was wenn man am besten mit den anstellt also ich bin weder weihnachten noch silvester dieses jahr weg von daher ist da glaube ich viel zeit um zu zocken um zu spielen also rollenspielrunde haben wir glaube ich auch so schön drin eine ein bisschen brettspiele spielen oder pen and paper oder was auch immer das wird sich zeigen heute abend ist kein stream ich habe gestern den plätzchen backstream gemacht sechs stunden oder ein bisschen mehr der ton war leider nicht so geil wie ich festgestellt habe aber naja kann man jetzt auch nicht mehr ändern heute gibt es wie gesagt kein stream dafür morgen wieder und am donnerstag also am 19 am 21 und am 23 ist auch noch mal stream und dann ist erstmal weihnachten und dann am 25 wieder und am 26 und am 27 und so weiter und so fort ja ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal eine schöne möglichst kurze letzte arbeitswoche in diesem jahr habt eine schöne zeit schnee in berlin eher weniger dafür relativ unbedeckter himmelblaue himmel wolken ein paar sonnenschein wahrscheinlich knackig kalt ich war ja noch nicht draußen heute aber ja das werde ich gleich merken also wie gesagt gleich ab zur post dann in den regionalexpress richtung spandau und dann mal ins büro und kicken was da so geht ja also dann bis später bis morgen früh bis zum nächsten täglichen blog und gerne auch morgen abend bis zum nächsten stream mit elite dangerous ja bis zum 23.12 noch und danach streame ich wieder andere sachen also bis dann habt einen schönen tag tschüss